Willkommen in der Zukunft mit Kaba Mobile Access Solutions. Gemeinsam mit Swisscom und Legic hat Kaba die neueste Nearfield-Technologie in ihre bestehenden Zutrittslösungen integriert. Einfach, sicher und für jedes Unternehmen möglich. Dank der starken Partnerschaft zwischen Kaba, Swisscom und Legic ist das Zutrittssystem Kaba Exos das erste NFC-fähige System, welches dynamische und verschlüsselte Berechtigungen sicher auf die Smartphones von Swisscom bringt. Noch nie war es so einfach, dynamisch veränderbare Zutrittsberechtigungen und Zugangsdaten sicher auf Smartphones zu bringen oder auch wieder zu entziehen. Kaba Mobile Access Solutions für digitale Berechtigungen mit NFC kann demnächst mit allen Smartphones von Swisscom genutzt werden. Mit einem Update auf die neueste Version, Kaba Exos 9300, ist eine individuelle NFC-Lösung für alle Kaba Exos Kunden in Kürze möglich. Einfach, sicher und bequem. Kaba, Legic ID Connect und Swisscom machen Nearfield Communication Access für jedes Unternehmen möglich. Kaba Mobile Access Solutions makes your access easy.